Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal kein replay sondern ich möchte mit euch mal hier über das neue Update sprechen 12.10 ist heute rausgekommen und da sind ja die Kapitänsfähigkeiten verändert worden gab es auch sehr viele Videos im Vorfeld dazu ich habe nichts dazu gemacht ich wollte tatsächlich was dazu machen aber ich wollte auch warten bis die final draußen sind bis da nichts mehr geändert wird und ja da sprechen wir drüber erst mal ihr könnt euch hier wieder in den News natürlich wieder einen Tag Premium abholen und ganz wichtig ist ihr habt hier irgendwo ich guck mal ob ich es wieder finde also ich habe hier zum einen noch mal alles erklärt was sich verändert hat schön 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 und ihr habt hier einen Button wo ihr die Kapitänsfähigkeiten kostenlos zurücksetzen könnt aber nur eine Woche lang und ihr müsst das bei jedem Schiff einzeln machen oder beziehungsweise bei jedem Kapitän einzeln machen ja wirklich großartig gemacht also wenn ihr ein paar Schiffe habt ich habe jetzt hier 350 Schiffe im Hafen kann jetzt quasi auf jeden Kapitän drauf gehen hier zum Beispiel auf die go live und kann den dann jetzt hier kostenlos zurücksetzen richtig geil ähm ja danke Borgaming dafür anstatt dass es ein Button gibt der alle Kapitäne resettet nöp ist zu kompliziert anscheinend egal das war ja so ziemlich der erste Aufreger keine Sorge es kommen noch mehr ähm die ich will jetzt gar nicht durch alle Kapitänsfähigkeiten durchgehen es sind eigentlich alle Kapitänsfähigkeiten gebufft worden es ist keiner genervt worden der wichtigste Skill und da gehen wir tatsächlich mal hier auf die Napoli wo sich ja alle drüber gefreut haben ist ähm bum 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 hier der Schlagkräftig hast du jetzt keine Ahnung es gab ja da verschiedene Namen in der Testphase und was der halt macht ist die die Secondary Reichweite der Kreuzer erhöhen den Skill gab es vorher nicht ihr konntet auf den Kreuzern kein Secondary Build machen da hat ja die Community als damals der große Kapitänsröver kam ziemlich drüber geweint dass ja jetzt Siegfricht und so nicht mehr auf Secondary Skilled werden können und ja er ist jetzt wieder da können wir uns alle freuen noch mehr Secondary Spaß und ganz ehrlich ich bin kein Freund davon warum es ist total unnötig wir haben jetzt noch mehr also erstens dieser Skill also gerade wegen der Secondary also wenn ihr den Torpedeschaden erhöht das macht auf anderen Kreuzern vielleicht auch noch Sinn aber die Reichweite der Secondary macht vielleicht auf drei vier Kreuzern wirklich Sinn das ist vielleicht die Napoli das ist die Schröder die Siegfried vielleicht und Eger das werden so die vier Kreuzer die mir gerade einfallen wo das wirklich Sinn macht ihr habt jetzt mit der Napoli eine Secondary Reichweite von elf Kilometern das ist über eure Spotting Reichweite übrigens ihr geht auf also das hat vorgegen schon gesagt die Secondary wird hier nicht stay schießen was ziemlich cool wäre aber macht sie halt nicht also ihr geht durch die Secondary auf was für mich den Skill hier zum Beispiel auf der Napoli relativ blödsinnig macht weil ich möchte nicht dass ich auch also wenn ich zu bin möchte ich auch zu bleiben und möchte nicht dass irgendwie meine Secondary anfängt zu schießen und ich dadurch aufgehe ich will das aber trotzdem mal ausprobieren deswegen habe ich den hier mal reingepackt ich kann hier wieder umskillen aber ich glaube ich werde den auch auf der Napoli nicht nehmen ihr dürft auch nicht vergessen ihr könnt die Genauigkeit nicht skillen bei den Kreuzern ihr habt halt nur die erhöhte Reichweite wodurch die Secondary halt auch ungenauer wird und dadurch auch weniger Schaden macht aber ja da haben sich ja alle drüber gefolgt für mich ist das hier so ein ziemliches äh ziemliches Blendware gewesen weil ja ihr bufft ein bisschen die Kreuzer Secondary was meiner Meinung nach halt unnötig ist es bufft halt die Kreuzer nicht wirklich es macht halt das Leben für gerade für Gann Zerstörer halt ein bisschen schwerer weil halt noch mehr AI-Geschütze durch die Gegend feuern aber ja ist okay der SG hier ist glaube ich auch überarbeitet worden dadurch sind halt die Verbrauchsmallern die Ladezeit ist äh verringert worden ist ziemlich nice ist tatsächlich so mit der die beste Änderung die die Kreuzer bekommen haben denke ich und die ganzen Flugabwehrskills sind gebufft worden ich glaube nicht dass dadurch eine Flugabwehrskillung wirklich valide wird muss man aber auch sehen ich würde jetzt aber trotzdem kein kreuzer Flugabwehrskillen worüber ich eigentlich sprechen möchte oder worüber ich mich eigentlich aufregen wollte ist der sind die Veränderungen bei den Schlachtschiffen denn Wargaming oder grundsätzlich die Schlachtschiffe sind ja mit die beliebteste Klasse im Spiel und anscheinend auch die lauteste weil ja Schlachtschiffe anscheinend auch so schwach sind wir gehen ja auch mal auf die St. Vincent hier sind viele Skills geändert worden unter anderem hier ich glaube auch präventive Maßnahmen das ist aber okay der erste Skill der hier geändert wurde ist hier super schwere AP Granaten der ist ziemlich gebacken worden es ist sehr kompliziert was jetzt hier was jetzt hier steht das ist quasi geändert worden ihr bekommt jetzt durch den also ihr habt hier eine längere Branddauer und auch dieser Wassereinbruch der tickt länger um also um ein Viertel aber ihr bekommt in der Zeit nur noch zehn Prozent Schaden beim Brand sind also ihr bekommt ja durch den normalen Brand der 60 Sekunden tickt bekommt er ja 18 Prozent Schaden und ihr würdet jetzt bei den ich glaube ich jetzt richtig 75 ja müsste ja 75 Sekunden sein wie ihr tickt bekommt er jetzt nur noch äh bekommt jetzt 20 Prozent Schaden anstatt 22 Prozent ist jetzt sehr kompliziert ich finde die super schweren AP Granaten genauso auch beim Kreuzern die haben einen ähnlichen Skill in der Dreierreihe es lohnt nicht wirklich bei einer Yamato ihr macht bei einer Zitadelle ein bisschen mehr als 1000 Schaden mehr also aber auch nur bei einer Zitadelle und bei den ganzen Pens und Overpens die ihr schießt ist dieser erhöhte Schaden von 7,5 Prozent nicht wirklich ja also es lohnt sich nicht vor allem ihr habt halt einfach die Punkte nicht also was wollt ihr beim Schlachtschiff da rausnehmen Adrenalin raus nehmt ihr in der Regel nicht raus die 1 oder 2 müsst ihr halt skillen und ihr habt jetzt quasi oder ich hätte jetzt hier noch einen Freierpunkt frei den ich nehmen könnte könnte das jetzt überlegen aber es ist ja noch ein anderes Skill verändert worden nämlich die verbesserte Bereitschaft der Reparatur Mannschaft finde ich tatsächlich ziemlich cool der Skill war vorher schon ziemlich stark ich weiß nicht warum dieser Skill gebufft werden musste weil ihr also ihr sorgt dafür je mehr ihr tankt desto schneller ist eure Reparatur Mannschaft wieder da aber es ist jetzt so wenn ihr 2 Millionen Schaden getankt habt bekommt ihr noch eine Aufladung dazu was diesen Skill meiner Meinung nach mega stark macht gerade auch auf so Schiffen wie Kremlin oder sowas der ja gerne mal das tankt aber ja er ist gebracht worden meiner Meinung nach völlig unnötig was ganz gut ist und da kommen wir jetzt gleich zu den anderen Skillen also über den habe ich mich tatsächlich so ein bisschen aufgeregt er belohnt das tanken das finde ich tatsächlich ziemlich gut ist halt wie gesagt nur unnötig ansonsten hält ihr hier immer den Skill genommen Grundleute der Überlebensfähigkeit auch den Skill finde ich immer noch besser als hier die schweren AP Granaten super schweren AP Granaten ja über den Skill über den ich jetzt eigentlich sprechen wollte und auch so ein bisschen der Grund dieses Videos ist ist dieser Skill hier ich spiele mit den Feuern es war einer der ja blödsinnsten Skills die es gab vorher und jetzt ist er ja jetzt ist er halt mit der dümmste Skill der Skill ist Gönnchen gebufft worden nämlich dass die Ladezeit anstatt von also früher war das so dass der minus fünf Prozent Ladezeit gegeben hat und dann für jedes Feuer was ihr noch bekommen habt bekommt ihr nochmal fünf Prozent ja jetzt haben sie den halt gebufft mit einer Ladezeit von zehn Prozent für ein Brand und das Ding ist halt versenkt also ein Brand für ein Schlachtschiff ist halt kein Problem wir können das weg reparieren und das sorgt halt einfach dafür dass die Ladezeit von vielen Schlachtschiffen absurd niedrigen wird gerade bei so einem Schlachtschiff das lädt ja einen Durchschnitt 30 Sekunden nach es gibt halt auch Schlachtschiffe die schießen ein bisschen schneller und welche die länger schießen also wenn man zum Beispiel hat 40 Sekunden das Ding ist halt ich habe hier rausgetappt aber ich wollte hier ja nicht reingehen ist hier diese Modifikation baut ihr in der Regel bei den Schlachtschiffen ein das halt nochmal minus zwölf Prozent kriegt das heißt die diese entwinseln wo halt dieses Spiel mit dem Feuer wirklich Sinn macht weil ihr einen Superheal habt ladet ihr hier schon 26,4 Sekunden nach und jetzt kommen da halt für ein Brand den das Schiff halt einfach ja weghalten nochmal zehn Prozent drauf und das ist halt dann hart lächerlich was ihr dann für eine Nachladezeit bekommt ihr kommt dann halt auf irgendwelche Nachladezeiten von weiß ich was 23 oder sogar unter 23 Sekunden und gerade wenn halt noch so Skills wie Adrenalinrausch mit mit reinkommen dann kommt ihr definitiv unter 23 Sekunden und wenn ihr dann noch ja das wird dann richtig witzig wenn ihr dann noch in so einem Wettrüstenmodus seid kann das sein dass ihr irgendwann 20 oder unter 20 Sekunden mit einem Schlachtschiff nachladet und vielleicht auch mal um zu erklären warum das ein Problem ist also ist es zum einen ist das ein Problem weil Schlachtschiffe durch ihre Ladezeit gebalanced sind eigentlich oder also Ladezeit ist ein Grund warum was sie balanced gegenüber zum Beispiel von Kreuzern das andere ist und was ein riesen Problem ist die St. Vincent mit ihren 457 mm Kanonen hat ein Overmatch von über 30 mm und das ist wieder ein Problem weil 30 mm 30 mm ist die Seitenpanzerung von den meisten Kreuzern also klar die Nase ist dünner auch das Deck ist 30 mm und Overmatch um das vielleicht auch mal zu erklären für die Leute die nicht wissen was das bedeutet Overmatch sorgt dafür also wenn ihr das Kaliber durch 14,3 teilt dann bekommt ihr die Panzerung die ihr über overmatcht die Maximalpanzerung die ihr overmatchen könnt das bedeutet dass dieser dass der Winkel wie die AP-Granade hier auf diese Panzerung trifft ignoriert wird das heißt es gibt immer einen Penn und das sorgt einfach dafür dass das Schiffe sind oder Schlachtschiffe sind die Kreuzer einfach wegklicken sagt man so umgangssprachlich das bedeutet es ist vollkommen egal wo ihr den Kreuzer trefft weil ihr ja immer Schaden macht ihr macht immer einen Penn und wenn dann halt das ANG für den Kreuzer schlecht ist oder für das Schlachtschiff gut ist dann gibt das halt Zitters aus Winkeln die ja sehr würd sind kann man glaube ich so sagen das hat jeder schon mal erlebt der Kreuzer spielt dass er aus dem Winkel gezittert wurde was merkwürdig ist und das wird halt also dieses komplette Gameplay Kreuzer gegen Schlachtschiff ist tatsächlich allein jetzt schon ohne dass jetzt die Kapitänskills dann nochmal geändert wurden ja so ein bisschen ANG lastig weil ihr hofft einfach als Kreuzer auf gutes ANG dass ihr halt Brände bekommt um den um den um das BB halt irgendwie zu töten weil so eine Satsuma zum Beispiel beim tier 11 Bereich zu gucken wie wollt ihr den denn halt irgendwie rauskriegen wenn er den nicht durch Brände ähm und durch Brände tötet der hat so viel HP der hat eine so gute Panzerung der ist so weit weg und dann müsst ihr halt HE drauf spammen und jetzt hat man halt einfach ein Kapitänskill so geändert dass der Großer durch das Brände legen in Anführungszeichen bestraft wird und das Schlachtschiff halt dafür noch belohnt wird das ist halt mega unnötig vor allem also ich weiß nicht warum also den klar den Skill hat vorher niemand genommen jetzt haben halt sehr wenig diesen Leuten den Skill genommen weil halt Brandschutz wichtiger ist und ich würde tatsächlich auch noch behaupten dass Brandschutz immer noch wichtiger ist also dass man diesen Skill immer noch nicht nehmen sollte weil klar die Nachleihzeit ist geil ihr fuckt wirklich sehr viele Kreuzer damit weil Kreuzer auch nicht mehr vor euch turnen können weil halt die Nachleihzeit dann so absolut niedrig ist aber ähm wir können halt immer noch runtergebrannt werden also Brand ist halt immer noch ein riesen Problem wir können jetzt tatsächlich überlegen bei so Superheelschiffen ob das dann jetzt funktioniert aber es macht wie gesagt meiner Meinung nach dieses komplette Balancing zwischen Schlachtschiffe und Kreuzer halt noch weiter ähm also es macht das noch schlechter und vor allem werden halt Kreuzer noch mehr dafür bestraft und ich weiß es ist wieder so von der Schlachtschiffseite wird immer gesagt ja die ganzen HE Spammer richtig so campen ja nur hinter die Insel ja spielt doch mal bitte Kreuzer gerade ganzen Schlachtschiff-Main-Spieler wenn die halt sich auch mal in einen Kreuzer reinsetzen würden dann würden sie vielleicht halt auch mal verstehen warum Kreuzer nicht mehr Open Water stehen können außer irgendwelche permakaltene HE Spammer wie Hindenburg wie Nitzhaut klar die können Open Water stehen aber die sind auch Meilen weit weg auch Nenewski die sind sehr weit weg und spammen dann halt natürlich aber Schiffe wie eine Des Moines oder die meisten anderen Schiffe können nicht mehr Open Water stehen und auf dem Schlachtschiff drauf fahren weil sie halt einfach aus jedem Winkel gepanischt werden geht man die T10 Schiffe durch von den Schlachtschiffen und guckt mal welches Schlachtschiff da ein 30mm Overmatch hat oder größer das ist halt mehr als die Hälfte und das ist halt ein riesen Problem ähm was halt da für die Kreuzer ist und deswegen können viele Kreuzer einfach das Spiel nicht mehr spielen vor allem wenn dann halt die eigenen Schlachtschiffe im Team irgendwo hinten rumstehen und nicht schön nach vorne fahren ist jetzt ein anderes Thema wollte ich gar nicht drüber sprechen sondern ich wollte mich tatsächlich einfach nur über diesen eigenen Kapitänskill aufregen ist schön dass Wargaming hier anfängt Kapitäne die Kapitänskills zu verändern wenn sie nicht so geliebt sind das ist vollkommen verständlich aber meiner Meinung nach die meisten Änderungen werden hier nicht viel bringen also die meisten Skills sind immer noch relativ nutzlos dadurch sie werden nicht dadurch valide auch in diesen Cooldown vom Radar was man da machen kann diese Ladezeit muss man halt gut überlegen ob man das macht weil so viel ist das nicht es geht glaube ich dann ein Radar hat ungefähr einen Cooldown von ich glaube 120 Sekunden und mit den 7,5 Prozent habt ihr dann halt 111 Sekunden könnte für Zivilen sowas interessant sein aber in der Regel auf den meisten also gerade in meinem Gefechten würde ich es nicht mitnehmen weil jeder Radar auch in der Regel nicht auf Cooldown nutzt hab ich noch irgendwas vergessen Zerstörer haben auch ein paar Änderungen bekommen aber meiner Meinung nach auch nichts weltbewegendes können hier mal kurz rein gucken da sind auch hier also hier breven diese Maßnahmen das glaube ich ist ein bisschen verstärkt worden und vor allem hier dieser Blenden Skill ist gebufft worden aber ja das ist immer noch relativ blitzendig meiner Meinung nach an sich sind eigentlich wirklich nur die Schlachtschiffe ganz schön gebufft worden und vor allem auf eine Weise gebufft worden die ziemlich negativ fürs Spiel ist und vor allem ist immer noch keine wirklich valide Skillung dabei rausgekommen also die super schweren AP-Granaten und auch das Spiel mit dem Feuer sind meiner Meinung nach immer noch nicht valide genug weil Brandschutz wirklich zu wichtig ist auf BBs weil die halt immer noch einfach runtergebrannt werden man kann halt bei vielen Schiffen mal jetzt wirklich drüber nachdenken also das Ding ist halt einfach es ist halt sehr Punkte investiert äh sehr es ist sehr teuer aber ihr habt eigentlich keinen 4-Punkte-Skill den ihr wirklich auswechseln wollt ihr könnt halt überlegen ob ihr Tarnung halt raushaut und den mitnehmt im Grunde könnt ihr dann aber auch hier einen Nahkampf noch mitnehmen und könnt dann halt tatsächlich ein komplettes Schlachtschiff auf Reload bauen nehmt den Nahkampf mit und spielt mit den Feuern mit dann wird das halt noch absurder was die Nachladezeit von BBs angeht aber ja das Video geht lang genug ich würde es euch jetzt hier auch beenden und wir sehen uns dann im nächsten Übler wenn ihr wollt und bis denn Ciao